Yo, ihr Jump'n'Run-Freunde! Äh, die Kira hat sich hier was ganz Besonderes mit mir gemeinsam ausgesucht, und zwar den absoluten Horror-Korridor. Der Horror-Korridor ist tatsächlich ein Jump'n'Run, wo man hier durchlaufen muss. Kira, du hast schon richtig Lust, gell? Mhm. Dein, 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 dein... Wir wissen ja alle, du magst Kekse und du magst Jump'n'Run, gell? Das sind deine zwei Lieblings... Alter, das sind deine zwei Lieblingssachen. So, das Ding sieht so aus. Hier muss man es tatsächlich schaffen, innerhalb einer gewissen Zeit, dieses Jump'n'Run hier zu schaffen. Oder man stirbt und muss ganz von neu anfangen. Und das Ding ist, das besteht hier aus mehreren Farben, ne? Und wir können auch immer sehen, wer wo ist. Du bist jetzt gerade bei Blau, Kira, oder? Ich bin gestorben. Du bist... Ich bin ein Pro! Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr Pro unterwegs. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und wir werden versuchen, in dieser Folge zu gewinnen. Habe ich nicht recht, Kira? Komm, heute gewinnen wir richtig. Aber natürlich. Das wird heute nur für uns. Also, wenn die Zeit oben abgelaufen ist, ja? Oh, ich bin in Rot. Dann kriegen wir, glaube ich, eine neue Karte oder so. Warst du bei Rot bei diesen Lasern vorne? Ja. Ich bin hier gerade bei Sanddünen. Das sind so kleine, orangene oder so beigefarbene Sticks. Okay, bin drüber. Oh mein Gott, jetzt muss ich hier über so Häuser springen. Häuser? Ja, das sind wie so Hausdächer, weißt du? Diese ganz normalen Dächer so. Über die musst du dann irgendwie springen. So spitze einfach. Aber die verhalten sich eigentlich wie normale Blocks. Okay, hier muss ich, glaube ich, auf die nicht leuchten. Und dann, ich bin jetzt gerade im pinken Raum. Oh mein Gott. Oh nein, ich bin ausgerutscht. Oh mein Gott. Ich hätte nur noch drei Räume. Ich sage es dir, Kira, ich schaffe das jetzt. Okay? Okay. Ich mache jetzt einen Speedrun und ich schaffe das jetzt hier durch. Und das werden die Leute jetzt auch live sehen. Run, run, run. Run, run, run. Ich habe nur noch zwei Minuten Zeit, der Horrorkorridor. Weil in zwei Minuten kriegen wir dann wieder eine neue, frische Karriere. Oh mein Gott. Ich sage dir also, was kann man sich hier eigentlich kaufen? Es gibt hier so, ebenfalls so Sachen, die man sieht. Oh, man kann sich Boosts, man kann sich Effekts kaufen. Ah, man kann sich auch Power. Das ist ja wie ein Rollenballen. Warum hat mir das denn keiner gesagt? Oh, ho, ho. Warte mal. Was ist, was ist? Man kann sich einen Checkpoint kaufen. Ne. Doch. Ne. Man kann sich in diesem Spiel Checkpoints kaufen. Und ich glaube, damit kann ich bestimmt die nächste Map, die hier dann erscheint, wahrscheinlich schaffen. Weil jetzt bin ich gerade ein bisschen zu schnell dran. Was kann man sich noch kaufen, damit wir richtig gut vorbereitet sind auf die nächste Karte? Man kann sich hier Checkpoints kaufen. Wie? Oh, man kann sich auch einen Gravity Coil kaufen. Für eine Runde. Oh, oder? Fuck. Oh, Checkpoint kostet sogar nur 45 Robux. Oh mein Gott, Kira. Mit dem Checkpoint können wir es definitiv schaffen. 45 Robux. Bei einer ganz komplizierten Stelle kann man das setzen. Und dann bist du eigentlich sozusagen gesichert. Und dann kannst du von da aus immer dann sozusagen losspringen. Oha. Hast du eigentlich... Was steht über deinen Kopf eigentlich? Mein Name. Dein Name? Bei mir steht YouTuber Aresolino. Bei mir steht einfach YouTuber dran. Hä? What fish? Das geht ja voll schnell, wie man das... Oh nein. Was eine Falle. Da ist eine richtige Falle gewesen. Da war gerade so ein grüner Strahl. So. Jetzt neue Runde. Neues Glück. Okay. Neue Map. Jetzt. Jetzt aber richtig. Vielleicht ist die ja sogar leichter. Weißt du, ich meine? Okay, ich versuche die jetzt sozusagen mit Konzentration. Ich habe die nämlich noch nie gespielt. So. Okay. Ganz easy. Komm schon. Ich werde... Du schaffst es, Kira. Du musst einfach nur Schritt für Schritt überlegen. Okay. Jeden einzelnen Schritt überlegen. Oh mein Gott. Hier sind so Laserstrahlen. Da muss man drum herum laufen. Okay. Nein. Du schaffst es, Kira. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Du schaffst es definitiv. Im Notfall kauft ihr ein Checkpoint oder sowas. Oh mein Gott. Okay. Nein, ich bin in einen Laser reingelassen. Wow. Alter, Kira. Da gibt es einfach einen grünen Laserraum. Da schwimmen die Laser von links nach rechts einfach die ganze Zeit. Oh je. Das ist ja richtig schwer, ey. Bei grün musst du immer nur... Das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber einfach nur den Lasern ausweichen. Ja. Das ist leichter gesagt als getan, gell? Ja. Okay. Ich bin jetzt hier bei beige. Jetzt springe ich hier über diese beige-Dinger. Oh mein Gott. Das sind so Stangen, über die man hier springt. Okay. Ein bisschen leichter. Okay. Kira. Kira. Ich bin voll dabei. Nice. Ich bin voll dabei. Ich definitiv nicht. Alter. Guck mal oben auf der Liste. Das Mädchen. Niemals. Yo. Oh mein Gott. Ich bin gestorben. Nein. Niemals. Dieses Mädchen. Guck dir das an. Die macht das. Yo. Sie hat einen Run. Die macht das, Kira. Die macht das einfach. Win. Die hat einfach gewonnen. Wow. Die hat einfach gewonnen. Niemals. Okay. Jetzt müssen wir uns. Alter, wenn das Mädchen das schafft, muss ich das auch schaffen. Kira. Wir müssen das schaffen. Wir schaffen das. Einfach durchziehen. Dieser Korridor ist ja wirklich von der Hölle, Alter. Du bist doch gerade gestorben, Alter. Ei, 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 ei. Okay. Boah. Okay. Ganz ehrlich. Dieser grüne Raum, der macht mich richtig rasend. Ja. Dieses Mädchen, die hat Master über ihrem Kopf einfach, weil die der Jump'n'Run Meister ist. Alter. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Guck mal, guck mal. Die zieht sogar so Linien hinter sich. Siehst du das? Das verwirrt mich. Ich schau ihr jetzt mal zu. Ich springe ihr mal hinterher. Ich springe dem Master mal hinterher. Mal gucken, was die so drauf hat. So, jetzt rennt die hier vor. Okay, okay, okay. Okay, ich laufe hier hinterher. Oh, das ist so das. Ich gucke, wie sie das macht. Oh mein Gott, sie ist gestorben. Okay. Hä? Ach, das letzte. Da muss man durch die Mitte springen. Ich bin so dumm. Neue Map. Okay. Diesmal schaffen wir es. Okay, was ist das? Oh, hell no. Oh, hell no. Okay. Hey, wir schaffen das. Einfach klettern. Okay, ich bin sogar erster. Kera, du schaffst das. Jetzt, ich will volle Konzentration sehen. Ja, ja, ja. Ah, das setzt sich immer aus verschiedenen Jump'n'Run-Dingern zusammen. Das sind immer dieselben, aber die sind immer verschieden, sozusagen. Mhm. Ah, alter, dieses Mädchen und ich, wir betteln uns gerade. Aber richtig krass. Warum schon? Ey, der Gelb, Raum ist ja selber wie eben. Oh mein Gott. Nein! Nein, nein, nein. Das Mädchen. Das Mädchen war konzentrierter als ich. Oh Gott. Es ist so schlimm. Ich kann nicht mehr, Kira. Ich kann nicht mehr. Dieser Corridor of Hell, der hat mich kaputt gemacht. Zack. Nein, bitte nicht. Was ist denn da los? Alter, aber das Mädchen ist auch... Ich schaff's nicht. Oh Mann. Das ist der schlimmste Raum überhaupt. Ich sag's dir, Kira. Dieses Grüne, oder was meinst du jetzt? Ja, das Grüne ist schon... Ja, das eigentlich sind alle Räume hier schlimm in dem Spiel. Na ja, doch. Außer die Brücke, die gelbe Brücke, die schaff ich immer. Ja, die ist irgendwie... Okay. Und der rote Raum ist auch leicht. Ich hab's gesagt, ich schaff's nicht immer. Ja, der rote Raum ist übel. Ja, gell? Mit diesem Schachbrett ist das richtig einfach. Der grüne Raum, der macht aber schon ein bisschen Ärger, würde ich sagen. Der grüne Raum, der ist gemein zu mir. Ja. Mich mag der Raum, glaub ich, auch nicht so sehr. Nee. Okay. Oh. Oh mein Gott. Okay, ich bin jetzt im lilanen Raum. Weißt du was? Ich werde mir jetzt hier einen Checkpoint freikaufen. Ja. Okay. Checkpoint. Das ist doch... Okay. 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 Mein totes Etwas hat gerade auch mit den Beinen gestrampelt. Lol. Okay, ich bin jetzt hier. Oh Gott, ich bagge. Was ist neun? Äh, nein. Das glaubst du mir nicht. Was, was, was? Was ist das? Im lilanen Raum. Warte mal. Ich muss mir hier einen Checkpoint setzen. Ich hab mir einen Checkpoint gekauft. Aber ich glaub, ich glaub, der aktiviert sich aber von allein. Hier musst du um die Wand springen. Ach, nö. Doch, hier sind so um die Wand sprünge. Alter, zweimal auf einmal. Alter. Zweimal auf... Also im lilanen und im pinken Raum sind doppelt so Wandsprünge. Alter. Du musst hier, glaub ich, zehn Stück auf einmal machen. Okay. Weißt du was? Ich kauf mir noch einen Checkpoint. Ich kauf mir noch einen Checkpoint. Okay. Gut. Kann ich... Muss ich den eigentlich verwenden? Oder? Nee, ich glaube nicht. Das weiß ich nicht. Okay, der weiße Raum ist noch ein bisschen zum Durchatmen. Okay. Guck mal, wo ich bin. Ich bin schon wieder gestorben. Guck mal auf der Karte. Oh Mann. Du bist ja schon bei Orange. Was geht denn bei dir ab? Kira, bitte drück mir die Daumen. Natürlich. Drück mir die Füße. Niemals. Alter, im orangenen Raum ist einfach eine Lavasäule, die sich von links nach rechts bewegt. Ist jetzt nicht wahr. Doch Mann, die versucht dich die ganze Zeit dann umzubringen. Oh nein. Okay. Zack. Zack. Oh Gott. Kira, ich habe so Angst um mein Leben gerade. Okay. Okay, Kira. Kira, okay. Ich bin im vorletzten Raum. Okay. Okay, Kira, okay. Alter, ich kann das Ziel sehen, Kira. You can do it. Okay, okay, okay. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. We believe in you. Okay. Oh nee, jetzt komme ich wieder die Kugel. Oh mein Gott. Nein. Ich muss hier durch ein Portal springen. Ich kaufe mir noch einen. Ich kaufe mir noch einen Checkpoint. Okay. Ich bin durch. Niemals. Echtes. No. Oh mein Gott. Niemals. Yeah. Alter, einfach gewonnen. Gewonnen. Niemals. Ich habe es echt geschafft. Ich gehe... Hier ist... Also pass auf, ich kann es dir erklären, Kira. Hier ist so ein... Ich habe sogar drei Checkpoints gekauft und ich bin nicht einmal gestorben. Alter. Ich habe es echt geschafft. Krank. Mein Herz. Ich habe gedacht, mein Herz bleibt bestehen. Okay. Solange Kira das hier noch ein bisschen mit mir gemeinsam versucht, werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder melden, wenn wir mal wieder einen weiteren Corridor of Hell spielen. Habe ich nicht recht, Kira? Aber auf jeden Fall doch. Definitiv. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und haut rein, Leute. Tschüssi. Bye. Bye.